Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Enums. Enums sind eine weitere Sache, die wie Data Classes euch das Leben einfach 10.000 mal leichter machen. Und ja, wir wollen uns das mal ein bisschen genauer angucken, denn Enums sind eigentlich auch Klassen. Aber Enums in Kotlin sind deutlich mächtiger als in anderen Sprachen und wir wollen uns das natürlich alles mal genauer angucken. Wir fangen einfach an, wir haben ganz normale Enums, zum Beispiel Enum Class, man muss dieses Enum vorne dran schreiben, wie bei Data Class, Enum Class Color. Normalerweise schreibt man diese Enums so komplett groß, beziehungsweise nein, die Klassen an sich schreibt man so und die Werte innen drin schreibt man dann komplett groß. Das ist einfach so, Convention muss man nicht so machen, also es ist jetzt nicht irgendwie so, als würde es abstürzen, wenn man es nicht tut, aber es ist besser so. So, und jetzt sagen wir hier mal, okay, wir wollen Farben haben. Rot, Grün, Blau, was haben wir noch? Dem fällt noch eine schöne Farbe ein, Weiß, White, vielleicht bleiben wir in derselben Sprache. Black ist auch die schönste Farbe der Welt, weil es auch kein Kontrast oder so ist und das muss erstmal reichen. So, ihr seht, man schreibt das Ganze ein bisschen anders, man schreibt es mit Komma-Tage-Trend. Das heißt, ob ihr jetzt diese Werte in neue Zeilen schreibt oder nicht, ist völlig egal, ihr könnt das Ganze auch so schreiben, aber normalerweise eben in neue Zeilen und dann hat man quasi eine Aufzählung. Mehr ist das nicht, das ist wirklich einfach nur eine Aufzählung, ihr könnt da nichts wirklich rein speichern aktuell. So, warum sollte man das jetzt tun? Nun ganz einfach, manchmal ist man eben vielleicht aufgeschmissen und weiß nicht, was für Optionen man eigentlich hat. Das heißt, man weiß vielleicht nicht, ob man hoch, runter, links, rechts gehen kann, wie zum Beispiel in unserem Text-Adventure oder vielleicht sogar woanders hin. Und vielleicht möchte man dann eben anhand dieses Enums switchen. Also zum Beispiel je nachdem, welcher Wert dieses Enum hat, möchte man irgendwas anderes machen. Das könnte man durchaus auch so implementieren. Das heißt, was wir hier jetzt sagen, ist, wir bauen uns einen Value-Color und der wird von mir aus irgendwie berechnet, vom User eingegeben, wie auch immer. Und das ist dann eben Color Punkt, achso, ich sollte ihn vielleicht nicht Color nennen, vor allem sollte ich ihn klein schreiben. Color Punkt und dann sehen wir hier schon, ich habe im Endeffekt eine Auswahlmöglichkeit aus diesen ganzen Farben. Wir nehmen Blau, weil Blau eine schöne Farbe ist und ich brauche keinen Semikolon. Und ja, jetzt können wir im Endeffekt hier sagen, okay, wir wollen hier quasi drüber switchen, was natürlich in Kotlin nicht geht. Wir wollen hier quasi einfach entscheiden, was ist diese Farbe eigentlich gerade? Ist das vielleicht, ist das Color Punkt Blue, dann machen wir hier was oder ist das vielleicht Color, ist das Color Punkt Black, dann machen wir hier was oder, oder, oder. Okay, ihr versteht das Prinzip, glaube ich. Also es gibt im Endeffekt nur diese Möglichkeiten und wenn man so eine Farbe hat, dann hat man im Endeffekt keine andere Möglichkeit mehr. Ähm, Farben sind jetzt da nicht unbedingt das beste Beispiel, nehmt da vielleicht lieber diese Richtung, die ich euch vorher gesagt habe, links, rechts, oben, unten zum Beispiel. Das sind die, ähm, sind die klassischsten Beispiele für sowas, das kann man immer wunderbar gebrauchen. So, aber, was ist denn jetzt mit diesen Farben? Farben werden ja normalerweise, wenn ich es irgendwie anzeigen möchte, anders kodiert, denn mein, mein Rechner kann mit Farben nicht wirklich was anzeigen, äh, oder was anfangen. Ähm, ich muss ihm normalerweise sagen, welche LEDs er jetzt, also jeder, jeder einzelne Pixel eures Bildschirms besteht aus LEDs, okay. Ähm, das heißt wir haben hier drei LEDs pro Pixel, also drei mini kleine Lämpchen pro Pixel. Drei Lämpchen. Die erste steht für rot, die zweite steht für grün und die dritte steht für blau. So, und, ähm, damit kann ich dann wunderbar die Farben anzeigen, aber deswegen muss ich auch meinem Rechner anders sagen, wie diese Farben aussehen sollen. Ich muss ihm quasi sagen, wie an diese Farben sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rot haben möchte, dann muss ich ihm sagen, okay, das Ganze ist eigentlich ein Integer, mach mal bitte folgende Lämpchen an, und zwar die roten. Das heißt, die roten ganz an, der Rest ganz aus. Das ist jetzt hexadezimal und, ähm, jede LED hat quasi 255 Farbstärken. Das heißt, ähm, ich kann sie dimmen sozusagen, also 0 heißt aus, wenn ich hier 0, 0 habe, ist es komplett aus, dann kommt 1, 2, 3, 4 und so weiter und so 5 bis 9. Dann kommt A, B, C, D, E und F und nach F kommt wieder hier 0 und da 1. So, und dann geht es eben weiter, dann ist es halt 1, 0, 1, 1 und so weiter und so fort und F, F ist quasi das maximal anders, das ist einfach volle Power, das ist knallrot. Gut, so, ähm, dann haben wir grün, naja, grün ist die zweite, ihr habt schon mal vielleicht was von RGB gehört, okay, RGB, das wäre dann hier 0, 0, F, F, 0, 0, weil R rot ist aus, G steht für grün und nicht für gelb oder sowas, ähm, G grün an und blau ist aus. Ja, und bei blau ist selbstverständlich dann, naja, wer hätte es gedacht, 0, X, 0, 0, 0, 0, F, F. Denn, ja, da muss natürlich der Rest aus sein, also rot und grün müssen aus sein und, ähm, blau muss an sein. Weiß bedeutet einfach nur, alles ist an. Das mag jetzt ein bisschen umdenken sein, aber das ist einfach so. Und schwarz bedeutet alles aus. So, okay, jetzt muss ich natürlich Kotlin doch irgendwie sagen, dass hier auch meine Werte hier vorne irgendwie umgemünzt werden können, dass Kotlin quasi weiß, hey, schau mal, wenn hier red angegeben wird, dann entspricht das der Zahl, weil das ist im Endeffekt nur eine hexadezimale Integerzahl, das ist eine Ganzzahl. Und diese Ganzzahl, naja, die muss ich erstmal angeben. Das heißt, wir geben hier an, value RGB vom Typ int. Okay, und das ist quasi jetzt mein RGB. Das heißt, ich gebe quasi jeder einzelnen Variable hier drin, ähm, eine Bedeutung, einen Integerwert, ähm, dass nicht nur eben dieses color.blue vorhanden ist, sondern dass ich jetzt natürlich auch meine Farbe ausgeben kann, also color kann ich auch ausgeben, aber ich kann mir auch, ach du Scheiße, habe ich mich gerade vertippt, aber ich kann mir natürlich auch meinen RGB-Wert ausgeben lassen, also color.rgb und das sieht dann eben so aus. Ja, blue, beziehungsweise 255, das ist die Zahl 255 in hexadezimal. Ähm, wenn ich jetzt allerdings rot nehme, dann ist das natürlich eine andere Zahl. Und wir sehen, dass das dann die Zahl 16.711.680 ist, das hätte ich auch nicht auswendig gewusst, aber ja, FF00FF, äh, FF0000, das ist eben rot. Und wenn ihr dann die Farben kombiniert, zum Beispiel Rot und Blau, was wird das wohl ergeben? Richtig geraten, es gibt so eine Art Lila, während dann eben Grün und Blau eben Cyan ergibt. Also da kann man natürlich dann sehr, sehr viel mehr Farben als so diese fünf Farben machen. Man kann mehrere Millionen Farben genau zu sein machen. Aber ja, meistens kommt man eben mit ein paar Farben ganz gut klar und schaltet dann eben die einzelnen Dinger um. Und so muss man sich das eben nicht mehr dann noch irgendwie als Zahl merken. Das ist schon sehr komfortabel, dass ihr da diese Umwälzung quasi habt. Ja, und das war's eigentlich erstmal, was ich euch zu Enums zeigen möchte. Wie gesagt, benutzt die einfach, wenn ihr wirklich nur eine bedingte Anzahl an Möglichkeiten habt. Da sind die super, super hilfreich. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.